Die 9. Armee ist nach morgen hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein 10-faches. Fink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen? Nutscree! 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 What the f***?! What the fuck was that? What the shit? That's why I'm the two! Nutscreek! 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 Verratter! Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Du bist in Unterbühlen verloren! Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände Wohin immer der Feind vordringt, das soll nur noch eine Wüste vorfinden! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützt! Und auf was ist los? Woher kommt die Schesserei? Die 2. Armee kehrt noch! Haben Sie noch zwei Fehler in einem Befehl? Ich glaube! Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Die Kinder, das ist doch kein Schmeißen des deutschen Volkes! Sie ist ruhig, Ehre! Bringen Sie mir, Feigelei! 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 Aufzett so antariseert, aber auch nicht einfach krank! Ja vielleicht schon da! Das ist doch kein Schmeißer! Das ist doch kein Schmeißer!